Vielleicht mal bitte und so heute mit freundlicher Stützung von unserem Werbepartner Blinkist. Blinkist fasst euch die besten Sachbücher in jeweils 15 Minuten zusammen. Das sind dann ein paar Blinks, das sind eine Zusammenfassung, Kapitel sozusagen. Und da könnt ihr reinlesen oder reinhören. Ihr kriegt, sind über 3000 Sachbücher, die sie schon drin haben. Ihr könnt einen 25-prozentigen Rabatt auf blinkist.de slash Bits einlösen für Blinkist Premium und sowieso immer alles sieben Tage kostenlos testen. Ich habe mir heute ein Sachbuch angehört über den Mond. Und das ist so eine Zusammenstellung in einer Viertelstunde über alles, was man über den Mond in dieser Zeit wissen muss. Und ich fand das vielleicht auch eine Idee, wenn man das seinen Kindern gibt, um mal so einen Einstieg zu bekommen. Und so, was ist eigentlich so ein Mond? Weil das geht halt los mit den alten Griechen und hört auf bei der Mondbasis, die wir demnächst dort bauen. Und so alles dazwischen. Okay, ist ja wild. Und das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg in so ein... Wenn mich meine Nichte fragt, so was ist denn das, wie funktioniert das eigentlich mit den Sternen und der Sonne und so weiter, dann weiß ich oft auch nicht richtig, wo ich anfangen soll. Und das war... Also für mich war das mit der Mond-Geschichte jetzt nichts Neues. Aber es ist vielleicht eine gute Übersicht, wäre das nicht gewesen für ein Kind, um mal so einzusteigen. Da kannst du natürlich auch als derjenige, der das hört, überlegen, interessiert mich das mehr oder ist mir das alles völlig egal? Ja. Mond, immer sehr gut. Und ihr könnt auf blinkist.de slash Spitz gehen für 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das schreibt sich blinkist.de slash Spitz. 25% Rabatt auf Blinkist Premium. Und vorher könnt ihr sowieso sieben Tage kostenlos testen. Herzlichen Dank an Blinkist für die Unterstützung. Und so... Und das sind eure probation. Und dann dann ... Vielen Dank.